Da bin ich noch mal kurz. Und zwar ist mir gerade so lustig aber angefangen, ich hab Twizzler. Ist ein Wein am MRE. Das MRE-Paket, muss ich leider sagen, verschiebt sich auf den Maik. Kommen sehr viele Sachen dazwischen und es wird ja eine Reihe mit 12 Seiten, glaube ich. Und ja, aber zum Thema. Ich hatte noch mal lustigerweise den Kollegen einmal Brühe geschickt. Kennt ihr Brühe, Brühe, 600 Liter, ein Kilo. Und ich hab mir gedacht, so einen ähnlichen Spaß muss ich da noch mal machen lassen. Tja, was er von mir gekriegt hat, seht ihr jetzt im folgenden Fremdcontent. Äh, ja. Ich hatte mich zukommen lassen und fühle mich gut unterhalb. Wir schalten rein. Scheiße! Ich hab wieder einen Anbox. Der Kollege meint, der müsste mir was schicken. Er hat ja alles voll geschissen! 10,9 Kilo. Machen wir nochmal auf. Welchen? Schmuck. Scheiße! Ich hab zumindest scharfes Werkzeug. Zitter nicht immer so rum wie der Kollege. Wozu zur Entspannung? Alter Schmuck. Äh. Ja. Äh. Äh. Ich sehe hier irgendwas in... Ähm. Ähm. Äh. 18 Teller Linsen-Eintopper. 18 Teller Linsen-Eintopper. ... 18 Teller. Ich habe den Moment geschmeckt. Ich danke euch, Freunde. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich danke euch. Nicht vergessen, abonnieren, liken, kommentieren.